Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch Elie, ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube. Also, ich sage es euch, wir machen. Fortnite, 2 Wins, 15 Kills jeweils müssen wir schaffen. Fall Guys, 4 Wins. Velo, Back to Back. Und wer wird Millionär? 500.000 Euro Frage schaffen. Jo, wartet ganz kurz um das. Elie hat das gerade vorgelesen. Lass nichts, aber das macht einmal die GTA-Story einmal durchspielen. Nein, ich habe einen kleinen Call. Ey Leute, schon mal halb in den Chat, kann ich mal ganz kurz den Verlauf zwischen mir und Elie sagen. Elie, ich kann nicht so lange, ich muss um 7 Uhr in den Zug. Ja, ja, wird so ein 2, 3 Uhr Ding. Top, Bro. Gehen wir nochmal ein Back to Back Velo rein, oder? Digga, bist du dumm? Wir sind voll gut, Mann. Fortnite sind wir gut, Volker sind wir gut. Wer wird Millionär, okay? Elos ist in der Schule. Ich will das Fortnite und Valorant bei mir lag. Mann, Digga, was ist denn mit dir los? Bei mir lag auch Valorant. Phoebe ist auch voll krass, ne? Phoebe, wie alt ist sie? 16. 16, Bro. Was? Nein, ich meine im Sinne von, was sie macht dafür, dass sie 16 ist. Achso. Lassen wir einfach so im Raum stehen. Digga, ich sage, ernst, wir haben heute einen geilen Fall. Ja, 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 ja. Heute, heute, Chat, heute schaffen wir es. Wenn wir jetzt die erste Runde holen, holen, dann ist wirklich der Tag. Ja, 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 heute ist der Tag. Oh, Digga, sind das Noten, Söhne. Sind das Schwänze. Sind die dumm. Digga, hält mich fest, der Noten. Geh links, geh links, geh links. Oh, oh. Edi, lass mich. Ja, ich hab. Da drüben ist noch ein Notensohn, der hat so viel Platz. Hast du Platz? Oh nein, er gewinnt gegen uns. Nein. Oh mein Gott. So, jetzt mache ich meinen Timer hier rein. Der Timer wird unter 8 Stunden sein, Chat. Ich call jetzt euch. Ja, dann guck mal, das check ich nicht. Der macht einen Hechtsprung, pusht Kurats und kriegt meinen Schmerz. Gegen dessen, ja. Ja, ja. Dann haben wir alle. Ne. Ne. Ne, boah. Ne. 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 Ich hab so scherle Banner im Füßel. Ne, wir sind alle drin. Alle drin. Alle drin. Alle drin. Alle drin. Ach du Scheiße. Ich bin raus. Ich bin raus. Das nervt mich solche Sachen. Das läuft mich krass. Und Eidos nimmt die Meter. Er nimmt die Meter. Hörst du mich an, als bin ich stumm? Mach mal das Spiel langsam. Du hast wirklich alles gefickt. Ja, Bruder, wegen mir jetzt. Ne, wegen Eli. Mach das Spiel langsam. Ich sag, mach das Spiel langsam, der rennt da über die Felder. Eli, ich bin im Finale. Das ist, wenn irgendwann so Skywalker zu Obi-Wan und Yoda rennt. Ich sag gleich, Phoebe, sieh doch nicht mit uns Valorant spielen, Digga. Da ist der Arm da für dich gelaufen. Auf der Seite ist er dann auch plötzlich wieder der Haft. Nein, nein. Wenn Eli bespricht. Roat ist auf der anderen Seite. Roat, du musst dich umdrehen. Du musst da rüber, Eidos. Schaffst du das? Nein, nein, nein. Ich mach mir hier Platz. Du musst jetzt ganz langsam spielen. Ganz langsam. Ganz langsam, Eidos. Du hast es. Er hat es, Lolli. Das ist fucking W-Dos. W-Dos. Elie, hast du gesehen? Ich hab gesehen. Ey, die beste Mann. Und jetzt sag zu Eli, Phoebe, komm, sag zu Eli, Phoebe, komm, wenn ich will. Zu Eli, Phoebe, komm, wenn ich will, Mann. Okay? Okay, gib mir Sprungprobe, so wahr ich hier sitze, ich gewinne Sprungprobe. Nach Nottenspiel. Wir müssen uns komplett aufteilen. Nicht, dass wir komplett... Ich bin noch drin. Ich bin noch drin. Wer ist von euch noch drinnen? GOOOOOOT! He? Digga, nicht mehr raus. Hä, Digga, der Eint ist richtig gut, der Pinke da hinten. Der hat dich gerade festzettet. Er war früher Sechser, er macht so gute Bälle. Hammert. Mach ruhig, mach ruhig. Oh, er ist raus. Er will nicht mehr auf Bälle gehen, er will nicht runter, Dings. Ja, 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 aber das halt hier beim Falschen. Hä, ich glaube, er ist nicht so gut, ich glaube, er ist nicht so gut. Du kannst doch das Ding in der Hand halten und... Hup, huu, huu! Sehr gut, Nico! Sehr gut, Nico! Aber, Digga, jetzt mal Hand aufs Herz. Ich lutsche einen Penis, Digga, ich lutsche einen Penis auf uns Schiebe. Ich war heute mit meiner Nachbarin im Fahrstuhl mit ihrem Kind, Digga, das war so unangenehm. Die über mir wohnen. Die hat auch kein Wort über mir geredet. Ja, ich auch, weißt du, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, dass ich dann einfach auch die Treppe nehme und das einsehe? Ja, ist wirklich sehr unangenehm, Chat. Hier ist ein Noten-Stream-Sniper, dieser vernottete Koala-Bär. Du Schwanz! Oh, ich wollte gerade was sagen. Ich wollte gerade was über Koala-Bären sagen, aber die können ja nichts dafür. Dass irgend so ein... Koala-Bären spielt. Oh, das geht. Oh, okay, okay, okay. Ey, lass nicht nebeneinander stehen. Welche Richtung? Hier. Ich hab so Stress mit runter. Was? Hä? Oh, no. Digga, das Ding. Digga, ich bin auch mal. Wir müssen uns auch teilen. Ich gerecht, ich gerecht, ich gerecht. Ey, du musst springen. Ihr seid zu schnell. Ihr seid zu schnell. Willi, du musst es tun. Willi, du hast es, glaube ich. Ich bin sauber. Es wird deren los. Nein. Schade. Nein. Der 41 Zentimeter Stahl, du... Mann, du... Digga, das kann nicht sein. Wie kann ich am Ende losziehen? So schlecht. Mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter. Da kommt einer. Boah. Ja, nein. Er liegt wieder nach rechts. Lauf. Na. Es wird eklisch, es wird eklisch. Nein, der hat ihn. Du, ey, guck mal den so lang. Edos. Edos. Es fängt an. Wieso ist er immer? Nicht aus, Edos. Warum ist er immer derjenige? Warum? Ich check das nicht. Ich verstehe es nicht. Er will mich provozieren, ich weiß das. Warum drückt er nicht X? Roro, ich bin gerade hingefallen, wo ich es versucht habe. Roro. Digga, Roro klingt ein Scheiß rund, Alter. Du klingst wie eine Bitch aus dem Knast, Roro. Oh, oh, warte mal. Das war nicht so smart von mir gemacht. Krass. Schaffe ich das noch, Chat? Digga, es qualifizieren sich noch so viele. Digga, ich verstehe nicht, wie das geht. Durch. Komm, Willi, komm. Kann es sich. Nein. Ich gehe in E-Mode-Loni. Roro, der wird schwer, der wird schwer, Roro. Sehr gut. Oh mein Gott. Eins gegen eins, eins gegen eins. Er ist links auf gelb. Er ist links auf gelb. Der kommt rüber, Roro. Ein kühles Blondes und dein Tag ist gerettet. Okay. Okay. Du hast es. Okay. Lass kurz kratern. Sonst wird es nachher schwierig. Er kann noch nichts dafür, dass seine Mutter so ist. Ja, hier, ich bin raus. Guck mal, wer zu mir renntet. Wenn er dich festhält, halt ihn auch fest. Digga, wie soll man denn so spielen? Du, Notensohn. Olli, dein Vater ist so fett, ne? Du weißt es gar nicht. Du, Notensohn. Er weiß es echt nicht, Digga. Weil er keinen Bock auf ihn hatte. Und deswegen hat er ihn irgendwo ausgelassen. Er guckt gerade so, ältere zwei. Und trinkt dabei Bier, der Hut. Digga, wie kann denn es sein, dass nur ein Notensohn bis jetzt rausgeflogen ist? Ihr Ohrenzöne, Digga. Olli, du bist der größte Bastard sowieso. Weil dein Vater für den Center Shop lutscht. Bitte, bitte. Es ist die letzte Runde. Ach, Digga. Kannst du mir deine... Ich habe eine Frage. Ich bin Detektiv Nährlich. Gestern, 23.07. Beziehungsweise heute, 24.07. Nachts, 2.25 Uhr. Nachricht verfasst. Training. Mann, Digga, ich kann nicht mehr. Nee. Ah, 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 ah. Bin ich der Einzige, der so kinderrege ist? Was machst du da überhaupt? Was soll das sein? Diese, diese, diese untere Schicht, ne? Die, die, die knabbert man ab. Was mache ich bei Luft? Nicht springen während Luft. Ja, so entgegen kommen, Willi. So entgegen rennen, so mäßig. Am Rand. Also das ist verloren. Ey, wir können jetzt fertig machen, ne? Aha, passt auf, passt auf, passt auf. Ja, konzentriert euch. Einer ist runtergefallen. Runtergeplumpst. Zwei sind schon runtergeplumpst. Jetzt springen, Edos. Edos, safe raus. Leute. Noch einer, einer. Wir haben es geschafft, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Wir haben es geschafft, Leute. Schnell kratern, schnell kratern. Ich bin out. Mach, 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 win. Hier. GG, 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 meine lieben Freunde. Schnell kratern. Wenn es zu brüchig wird, dann müssen wir werben, Millionär. Hat er die Kiste hier? Ich habe einen. Es sind mehrere, es sind mehrere. Rechts kommt auch einer. Lass mal rüber gehen, Jungs. Ich habe einen. Ich sage auch, Digga, 12 ist viel zu einfach. Wir gehen auf 15 hoch. Was? Warum denn? Das ist viel zu. Dann lass doch nichts die Runde machen. Wir haben doch jetzt. Wir haben doch 15. Ja, wir gehen jetzt auf 15. Ich habe von Anfang an gesagt, Digga. Ich meinte von Anfang an 15. Das sind vier Teams. Da oben, Bro. Digga. Korrekt. Was passiert hier? Da läuft einer. Der eine läuft. Da läuft. Digga, was passiert hier? Okay, wir müssen die Runde holen. Ganz wichtig, weil danach kommen diese H***-Söhne, Jungs. Ja, habe ich auch gelesen. Spray, 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 spray. Einer hat Hatter-Serie. Dabei? Nice. Da vor mir, vor mir. Hier drinnen, Eli. Ich habe ihn. Digga, vor mir. Eli, spray, 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 spray. Okay. Auf dem Baum, auf dem Baum. Ey, ich brauche Hilfe. Ich brauche ganz Hilfe. Ernst? Ja. Nein, oder? Nein. Ich bin vor Wasserfall gefallen. Warte, warte, warte. Es gibt euch Deckung. Warte, warte, warte. Ja. Ey, kann ich einer dran? Woher steht sie dran? Es gibt euch Deckung. Es gibt euch Deckung. Jetzt kommen wir hinter euch. Ach, Bruder. Komm, beide. Ich habe einen. Digga. Fang weg, Eli. Fang weg, Eli. Fang weg, Eli. Fang weg, Eli. Du kannst dich einmal wegimpulsen, wenn es sein muss, Eli. Ja, gut. Guter Taktischer. Ruhr, du bist safe. Ruhr, spät in den Bandos. Ich habe Stress. Ich habe übertrieben. Bruder, ich habe noch nie in meinem Leben so Stress gehabt. Ich war kurz ohnmächtig. Warte, lebst du noch? Nein, nein, wir sind da oben. Besser, Eli. Besser. Wir kommen zu dir, Klaus. Das ist schade. Das machen wir gar nicht. Alter, Alter, Eli. Rechts, rechts. Er revivet den rechts. Geh nicht in seinen Winkel. Nein, nein, Mini. Nein, Mini. Ich gehe... Nein, nein, nicht Mini. Nicht Mini. Bleib, 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 bleib. Oh Gott. Bleib, bleib, bleib. Das geht nicht. Digga, das ging nicht. Der Bastard war doch... Mann, zweiter Platz. Was hat er denn so noch für schlechtes Aim, Digga? Oh mein Gott, Bruder, ist das? Bitter, bitte, bitte. Ich bin weg. Aber Aiden, du f***. Bist du. Aiden! Ich habe ein. Nehmt mir einen Puls, wenn ein Gegner da ist. Junge, ich hatte einen Puls, ich bin hier rein. Ich hatte einen Puls, ich bin hier rein. Da oben, da oben, da oben. Ich bin tot. Hier war doch gerade einer, Eldin. Ja, der ist weg. Eldin, guck doch mal. Er ist hier drin. Ne, sterben wir ja das. Ich habe keine Chance gegen den. Geh doch rein. Ja, das check ich ihn nicht. Aber die waren schlecht. Geh aufs Dach. Wir kommen von hinten. Ja, ja. Dass sie von hinten ficken. Ja, Eldos. Ich überfahre ihn. Ich überfahre den hinteren. Ich mach Debüt. Runden ist irgendwo weiter. Eldos, schieß die ab. 1, 1, 1, 1, 1. Geh die raus. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Nein. Bruder, er ist woanders spiel uns. Ernst. Okay. Nein, das ist schon wieder zum Scheiben. Das wurde abgepackelt. Hab ich denn einen Mark bekommen? Was ist das? Ach, geht, geht, geht. Was ist das? Was ist das, Digga? Was, 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 was? Da steht er, Digga, hier. Digga, ihr Nutten. Die wirst bei mir nicht rumschreiten. Oh, oh, oh. Digga, ich hör doch gar nichts. Ihr Bähn hatten. Komm, wie soll ich das hören? Lass uns bringen, der steht da. Versuch, versuch einen Kill. Mach weg. Okay? Und jetzt wegrennen. Und jetzt wegrennen. Ja, genau. Jetzt wegrennen, ja, genau. Mann, Digga. Das, ich glaub das nicht, dass sie die ganze Zeit hinterher fahren, ne? Glaube ich nicht. Hey, Digga, andere Väter sind so. Ich weiß gar nicht, warum mein Vater was mit deinem Team war. Aber du weißt nichts davon. Das glaub ich gar nicht. Das glaub ich gar nicht. Dein fetter Vater, dein fetten Bruder nachzweig, du. Das glaub ich gar nicht. Glaube ich gar nicht. Was, was wird im Chemielabor zum, zum Erhitzen von Lösungen benutzt? Äh, das weiß ich sogar. Abzüchbecher. Den dir auch auf. Der Becher. Wann oder Becher? Wann oder Becher? Wir sind eh bei dich. Das ist ja meistens so ein, so ein, so ein Stab mäßig. Das ist Becher, Becher. Es ist Becher, es ist safe Becher. Ja, ja, ja. Becher, Becher. Genau. Ja, ja. Okay, und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ja, ja. Wie heißt die japanische Matrize, die auch hierzulande als speziale Bettformel? Hilton. Hilton. Paris Hilton. Paris Hilton. Warum wegen Hilton? Deswegen. Es gibt ein Hotel, was Hilton, auf dem Hilton 3. Mach mal Hilton vielleicht. Genau, Futon. Womit ist man redensartig davongekommen, wenn eine Übelsache nur geimpft, geimpft, limpfliche Folgen macht. Blaus Auge, blaus Auge, blaus Auge. Ja. Beides ist in Ordnung. Okay, und weiter geht's. Wie heißt die Titelheldin an der Seite von Anson und Erik Kerstners Kinderroman? Naja, wo soll ich denn das wissen, der ja? Erich, warte, ich kenne Erich Kerstners. Ich würde Blümchen sagen. Benjamin Blümchen vielleicht? Blümchen, nee. Benjamin Blümchen oder Pünktchen? Mach mal Blümchen. Benjamin Blümchen, Blümchen, Benjamin Blümchen. Das Blümchen heute. Mach Blümchen. Ja, perfekt. Aus einem coolen Film von er kennt man Jake und Eilward. Oh mein Gott. Gospel oder Blues? Also ist das Pop? Aus einem Kultfilm. Edward Gospel kriegt ne Blümchen. Mach mal Blues oder mach Blues. Ist das nicht dieses... Ich finde Gospel. Ja, mach Gospel. Das war auch deine letzte Entscheidung. Mann, Digga, das sind aber voll die Drecksfragen am Anfang. Seit wann sind das so eine Lippenfragen? Seit wann sind das so eine Lippenfragen? Andreas von Bleichenwang und Tobias von Rülps sind Figuren aus... Wir haben verkackt. Nein, nein, nein. Wir haben nicht mal verkackt. Nibelung Lied kenne ich. Ich wollte gerade sagen, ich kenne das Lied auch. Aus Hack. Aus Hack. Aus Hack. Aus Hack. Aus Hack. Aus Hack. Aber Shakespeare, warum sollte da jemand Tobias von Rülps heißen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ist es A oder C? Nein, A ist es nicht. A ist es safe nicht? B oder B. C oder B. Ist es jetzt nicht so was... Parodie. So was... So humormäßig? Soll das nicht irgendwas lustiges sein? Ja, Parodie. Aber das sind deutsche Namen. Vielleicht Augsburger halt. Das stimmt, das ist schlau. Das sind deutsche Namen. Der Augsburger Puppenkiste. Wenn wir die Frage richtig haben, sind wir fertig. Soll ich eine Münze werfen oder was? Ja. Nee. Ich sag jetzt das C. Ich würde auch C sagen, um ehrlich zu sein. Ja, Max. Oder? Okay, dann mach das C. Mach C. Okay. Ich werde jetzt schon wieder eine Krawatte bekommen, wenn es nicht hier ist. Okay, komm. Ach du Scheiße. Eee. Schäckst du mir, du B***er Sohn. Oder Shakespeare war erster rausgekriegt. Auf einmal krieg ich Andreas kriegt eine Rolle bei Shakespeare, digga. Bei dem nächsten Fass in der FIOS möchte ich auch mitspielen. Niklas Sommer, digga. Ich hab doch keinen Schwanz, dass da einer so ein Darsteller heißt. Wer ist im August 2019 von Platz 1 auf 15 abgestürzt? Warte mal. VW, oder? Nee, okay, scheiße. Warte mal, hier können wir voll viel ausschließen. ARD. B11 ist es nicht. Wisst ihr, ob ARD noch... Doch, guck mal, guck mal. Das ist C, A, weil ihr auch nicht so... Guck mal, Eli. Ich möchte mit dir unterhalten. Also. Ja, genau. Ja, nee, ich überleg grad. Die DfP-11 in der Weltrangliste, was war 2019 irgendein Fußball erhalten ist? 2019 war nichts. 2018 war WM und da ist Deutschland in der Gruppenphase rausgeflogen. Die sind niemals Platz 1. Also das A ist es safe nicht. Es gibt so eine... D ist es, glaube ich. Ich glaube, ich glaube, ARD ist immer noch auf der 1. Deutsche Bank im DAX. Wenn was abstürzen kann, dann ist es doch... Vielleicht diese Bank und so. Ja, aber ich hab diese Bank noch nie gehört. Wie kann das sein, dass 2019 auf Platz 1 ist? Du hast noch nie die Deutsche Bank gehört. Ich schwöre, Korain, du... Äh, Rohat, du musst weniger kiffen. Wo bist du? Deutsche Bank im DAX hab ich noch nie gehört. Im DAX, im DAX, Digga! Doch, im DAX, doch. Ach so, im DAX. Ich kann das nicht mehr. Okay, warte, ganz kurz. Lass uns ganz kurz ohne Rohat. A ist es 100%ig nicht. Ich glaube, ARD ist auch nicht 15. Was sagst du, Willi? C auch nicht. Ich würde... C auch nicht, dann ist es B. Als ob Thronfolge was mit August von 19 zu tun hat. Nein, Thronfolge kann nichts mit dem August zu tun haben. Aber ist die auch Platz... Aber ist die... Ist die ein Dings da? Platz 15? Gibt es Platz Charles in der Thronfolge? Wie soll denn das... Mach mal B. Mach mal B. Es muss B sein. Scheiß drauf. Auf Platz B. Es muss B sein. Mach. Ach du Scheiße. Habe ich das gerade... Hä? Digga, die waren doch in der Gruppenphase, sind die doch rausgeflogen. Aber wenn du Weltmeister bist, okay, du bist 2014 Weltmeister. Wenn 2019, wenn du in der Gruppenphase rausfliegst. Außerdem war doch Belgien immer da ganz oben. Ich check das nicht. Videoband. Gummiband. Gummi oder... Warte, warte, warte. Äh, Klebeband. Ich glaube, dass es Klebeband ist. Mit Klebeband machen ganz viele... Ist das was Averses? Nein, nein. Also ich weiß, Jungs. Ich weiß, dass bei Klebeband klebst du dir das um die Fresse ganz oft. Und da machen ganz viele dumme Bilder damit. Das weiß ich. Ich hab das schon mal gesehen. Ich bin mir richtig sicher mit A. Dann mach A. Die Klebeband ist und dann sieht man so dumm aus. Mach A, mach A, mach A, Eli. Ja, 50, 50. In der heutigen Flagge der USA ist der Streifen ganz oben. Weiß ganz oben. Mach einfach mal 50, 50. Warte, 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 warte. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. In der heutigen Flagge der USA ist der Streifen ganz oben... ...weiß. Nee, rot. Warte, weiß, der ganz unten rot. Weiß. Oben ist weiß. Manfred. Es beginnt doch direkt... Egal, ist da gerade einer ein Kämpfer? Manfred, mich aus. Wenn das hier oben beginnt, neben den Sternen direkt, an dem Stern da. Es ist rot, weiß, rot, weiß, rot, weiß, rot, weiß, rot, weiß, ja. Aber mit was fängt das an, Digga? Mach mal 50, 50. Mach mal 50, 50. Du wirst meinen Kopf ficken. Nein, unten, der ganz unten rot. Rot, weiß, rot, weiß, rot. Ich würde sagen, weiß. Ich sag, ich schwör es euch, stellt euch nicht gegen mich. Stellt euch nicht gegen mich. Warte, 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 warte. Wenn du sagst, okay, aber ich würde halt sagen, dass es halt rot, weiß ist und dieses Doppelpaket geht halt immer so weiter und dann endet das mit weiß. Nein, stellt euch nicht gegen mich. Ich schwör es euch. Also, warte, ganz kurz. Ich schwör es euch, wenn es falsch ist, gehe ich auf. Oh, wir sind drin. Gut so, Nico. Gut so, Nico. Jetzt holen wir uns die eine Million. Wir holen uns die eine Million. Zeit der Hoffnung, Noah Roberts, rosa Munde. Oder Roberts. Mach mal, Noah. Scheiß drauf. Gut. Aber ich sag dir ehrlich, in dieser Bruch-Challenge muss ein Spiel dabei sein, was uns ein bisschen knallt. Sonst ist es ja nicht verbrucht. Ja, nee, das Ding ist aber, es hat nur Spaß gemacht, weil wir so gut durchkamen. Okay, ich ziehe meine Brille an, Chad. Ich werde Top-Frager, hundertprozentig, in dieser Lobby Top-Frager. Ich dachte eigentlich, dass du solche Challenges nicht oft machen willst, mache ich doch. Ich mache die einmal die Woche, ein, zweimal die Woche. Ja, Aldos. Sag mal, Aldos, ich bin leicht geladen. Da fliegen welche. Noch einer in der Luft. In der Luft, on me. Aldos, on me. Hab ihn. Jungs, die kommen wieder zurück. Hinter euch. Wird gefinished. 32, einmal Aldi. Er hat mich geboogie-bombt. Der kann nichts machen. Ein, der erste Runde in Aldi. Einer ist hoch oben, einer ist hoch oben, einer ist hoch oben. Alter, der ist da. Das ist der letzte. Das ist nicht der letzte? Alle rauf, alle rauf da. Einer ist crack'd, einer ist crack'd. Er hat einer so'n Slurfteil. Boah, sch... Ich glaube auch, welches ist da was drin? Nee. Du musst ihn, du musst ihn her, trag, Aldos. Oh ja, aber man. Trag ihn her. Geh doch mal weg! Geh doch mal weg! Geh doch mal, Aldi. Geh doch mal weg! Geh doch mal weg! Ich wusste es, Digga. Wir hätten nicht hochgehen sollen, Digga. Wir wären da tot gefokust da oben. Geil, geil. Stein kaputt schießen, Stein kaputt schießen. Wow! Wow, 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 wow. Der ist low, Elite, der ist low. Wir haben ihr verkauft. Ich brauch was zum Heilen. Rechts oder sowas von dir, Awa. Gib mir Verbände, Brody! Das ist kein... Keiner, der was gibt, glaube ich. Ach, hier ist ein Lagerfall. Fortnite ist das Bruchspiel schlechthin. Das ist geschehen, Elders. Ich sehe uns tatsächlich. Ich sehe uns auch in der Luft. Jungs, ihr versteht nicht, umso später es wird, umso einfacher ist es. Jungs, wir sind im Bauen. Digga, das kann ja nix werden, oder? Roat kann bauen. Bis jetzt, Roat, ich schwör's dir. Bis jetzt wenig Mehrwert. Du hast einen Foulgeist-Win, glaube ich, gehabt. Das war's. Du solltest dich jetzt mal straffen, Digga. Wenn du nicht vorbeikommst und man wirklich mal den Mund nehmen würdest, du schwanz. Guck mal bitte, wie ich spiele, du Idiotensohn. Digga, guck mal ein Gameplay, wie ich hier spiele. Ich hab's von Anfang an gesagt. Du hast 9 Kills die ganze Zeit. Null. Die ganze Zeit, Digga. Straff dich jetzt mal. Du sagst, hört auf mich, IGL. Ich spiel auf irgendwelchen indischen Vörfern, Digga, und mach 8 Kills, du Vollidiot. Bei mir leckst du auch, du Dummkopf. Ja, ja, ja. Ich sag, er sollst du straffen, er rastet aus, du Vollidiot. Ich sag nur, die Wahrheit ist der dumm. Denkst du, es interessiert mich, ob du mich magst? Ich bin dein Trainer. Nein, ich straff mich doch. Ich straff mich doch. Aber es ist unmöglich. Digga, es geht nicht. Mein Game ist ein Hure. Ja, Jungs, beide. Beide. Nein, lass den Push. Ich brauche, ich brauche. Ach, man kann ja bauen. Ich hab eine, ich hab eine. Mit Bawne ist zu krass. Ich hab eine Banane. Guck mal jetzt, Jungs, die Runde ist auch wichtig, weil wir haben niemanden, der uns abstresst. Das ist wichtig. Was ist denn abstresst? Was ist denn abstresst? Die sind Streamsniper, Nico, bitte. Meine Zündschnur. Die sind nicht da. Du sagst Zündschnur, wir sind mit Elders im Discord. Hattest du, glaube ich. Wir sind von mir hier. Habt ihn? Ich hab ihn gefickt, was ich brauche. Okay, da ist sie raus. Er ist ein One-Shot. One-Shot, One-Shot. Ja, der Geist hat mir so viel Damage gemacht. Aber egal. Wir schaffen das. Fest. Ich bin nicht sie. Okay, Jungs. Kommt jetzt. Das sieht mit den Kills sehr gut aus. Sehr viel der Taktik. Die müssen, die haben Stress. Die werden aus der Zone kommen. Die sind hier. Die sind sehr weit vorne, Bro. Ja, du bist sehr weit vorne. Der korrekte Charmante. Da ist noch einer. Habt noch einen. Habt beide. Ey, bitte haltet jetzt kurz eure Fresse. Bitte, bitte, bitte. Ich raste sonst aus. Konzentriert euch mal kurz. Der sieht lost aus. Ja. Nehmt ihn direkt Spielspaß. Jungs, ihr seid wieder viel zu arg. Ab zwei. Ja, ja, ja. Nice, nice, nice. Boah, bitte kommt her. Ich komme. Hier, hier. Er ist auf Halt. 26. Er ist bei Elie in der Box. Bei Elie, man. Ich habe ihn. Brode, ich warte doch auf meine Pistole. Geht mir nicht auf den Sack, Alter. Oh, zack ihn, Olo. Schau rein. Auf deinen Kopf. Wenn wir das nicht schulden, dann geht es auf meine Kappe. Aber... Will ich kommen hier hin? Ja, hier. Ja, ja. Ah, das ist spot. Weißt du? Schau rein. Auf wen habt ihr geschossen? Weil ich ein verfickter Frager bin, Mann. 21 Kills. Big P. Big P in den Chat. So, seid ihr gut drauf? Ja. Gute Stimmung, ja. Ja, ja. Ey, doch so langsam. Wirklich so langsam fährt. So langsam fährt der Zug. Ich glaub gar nicht. Richtung Loch. Das ist wirklich... Ich kann nicht sein. Das geht nicht. Das ist jedes Mann, dieser Penis. Das ist jedes Mann. Das ist jedes Mann. Ich will. Gibt es uns ein Update? Also, ich habe jetzt Veilo hier offen. Da steht Vanguard nicht... Ich glaube, ich muss PC noch starten. Okay. Okay, das ist ja entspannt. Da steht recht noch neu starten. Ich bin in zwei Minuten wieder... Ja, ich kriege einfach los. Yo, Eli. On fire. Stop. Drop. And roll. One more time. Say it with me now. You roll. Do it, yo. Do it, yo. Like a pro. Do it, yo. Aber Willi, das kannst du doch nicht vermarkten. Das kannst du doch nicht vermarkten, Willi. Was? Das kannst du doch nicht vermarkten. Was denn? Deine Seite, was du geliked hast da alles. Ja, das will ich dir erzählen. Guck mal, wie es laggt. Ich kann das nicht gebrauchen. Boah, ich will keine Probleme hören. Ich will Lösungen hören. Okay, minus 90, Setch. Pass auf, Musti. Kurzo. Kurzo, Musi. Setch, oder wie? Ja, gut, Mustafa. Ja, gut, Mustafa. Sehr schön, Mustafa. Sehr schön, Mustafa. Sehr schön, Mustafa. Sehr schön, Mustafa. Den gewerhast du den denn gut? Ey, das gibt, gibt Musi wirklich. Einen Gegner, ich nach Boden. Elegela, here we go. Er spielt Brim mit Smoker, nicht Rem Roat, der alte Smoker. Ich bin tot, ich bin tot. Was machst du denn, Mustafa? Ein Gegner übrig. Ich kann Ace machen, glaube ich. Hinter mir, hinter mir. Sehr schön. Was soll ich machen? Ein Gegner übrig. Ich bin tot. Ich hab keinen Arsch, oder? Spike in B. Wie kommt der da reingesleitet, der Bastard? Erledigt. Ein Gegner übrig. Guck mal, Robert. Ich seh den. Ich freu mich nicht gegen uns auf. Mach die alle runter. Mann, Phoebe, komm, bitte. Lass das gar nicht so anfangen. Wir müssen einfach mal der PC neu aufsetzen. Das muss eigentlich alles sein. Wenn ich mein PC neu aufsetzen kann, kann ich nie wie das streamen. Ich hab das schon mal gehabt vor zwei Jahren. Digga, du bist einer der größten Streamer der Welt in Deutschland. Und vielleicht sogar der Top 100 der Welt. Und du hast keinen PC, mit dem du vernünftig Spiele spielen kannst. Seit zwei Monaten, Rohat. Gib deinem Geld nicht für Gas aus, sondern für PCs. Mustacher. Mach's weg. Nur schneller, Eli, mit der Hand. Tipp, 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 tipp. Mach'n ganz viel Block. Mach'n ganz viel Schaden. Bitte schnell, bitte schnell. Letzter lebender Verbündete. Hältig, wieviel Schaden? Ich hab' 48 Schaden und 52 Schaden. Mann, Mann, Mann. Welcher Penis hängt da doch in der Ecke? Spike, platziert. Spring hoch. Hopspring. Nein. Nein. Lauf. Ein Gegner übrig. Okay. Hä? Digga, ich war einfach drauf. Ich war mit meinem Fahnenkreuz drauf. Ich hab mich nicht mal bewegt. Warum er noch nicht schläft oder warum ich nicht schlieb? Spike in Mitte. Letzter Leben der Verbündete. Minus 40, die. Minus 40, diese. Die ist rechts und sie ist minus 40. Ja. Rechts. Jetzt rechts. Ja, genau da. Ein Gegner übrig. Wenn du das schaffst, bitte. Oh. Keine Träume mehr. Oh. Mann, Digga. Ich hasse, ich hasse die Spectre so krass. Ein Gegner übrig. Ah, das Ding ist over. Hättest du auf, wenn wir hinterher zu laufen? Das wäre nicht so schlau gewesen. Doch, doch. Ich hab den Rücken viel. Jawoll. Das ist diese andere Playboy. Hey Leute, habt ihr das gesehen? Ihr sagt gar nicht. Du hast es gemeistert, selber. Ach, warte. Ne, das war jetzt scheiße ehrlich. Ich hab mich grad voll gefreut. Geh streamen. Prüfung gehabt. Weiter nach Hause. Ich sag so, wie es ist. Also ist sie wichtiger als ein Verein. Verteidiger gewinnen. Finde ich persönlich charakterlich sehr schwach. Macht man nicht, ne? Charakterlich schwach. Äh, Jungs ganz kurz und Mädchen. Wir müssen uns hier konzentrieren. Wenn wir jetzt gewinnen, ist es ja. Alle nochmal konzentrieren. Wirklich. Also ernst sogar. Weil sonst sind wir richtig gewandert. Oh. Verkackt. Ein Gegner übrig. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Ach, Mann. Oh. Gute Smokes. Da ist noch eine links. Da ist noch eine links. Letzter lebender Verbündeter. Spike in A. Ey, wenn wir das verlieren, ich schwach. 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 Ein Gegner übrig. Ja, ja, ja. Sehr geil. Ich schwach. Vielleicht hier? Bei mir. Makellos. Nice. Endlich. Sehr schön. Dead, 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 dead. Wer plantet? Du kannst planten, Willi. Gegner. Hey, Mann. 100k. Sehr gut. Sehr gut. Ein Gegner. Ich schwach. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Energie. Über mir, glaub ich. Go, Zou. Go, Zou. Go, Zou. Go, Zou. Ja, weil wir einfach besser spielen können. Die ganzen geilen Stände sind dieses Jahr leider nicht gerade dort. Ja, ich hab's durch. Ja, ich hab's durch. Elie, du kannst. Musst sie holen. Ich hab's durch. Elie, du kannst. Ich hab's durch. Nein, der musste gar nicht. Ich hab's durch. Ein Gegner übrig. Lauf weg, lauf weg. Sehr schön. Kannst du jemanden resen? Ja. Letzt erleben der Verbündete. Ja, spür ich. Ja, ich hab's durch. Du musst, äh, hier Dings. Hä? Du brauchst ja nicht vorher Messer rausholen, ewig. Du kannst direkt hier drücken. Stäger. Ich bin richtig stark. Na, okay. Jazz war 1 und dann guck. Was hat der mit dir gemacht? Spice in A. Der ist im Respekt, oder? Letzt erleben der Verbündete. Minus 60. Minus 60. Bin ich in deinem Kopf? Du weißt bei mir kein Hashtag mehr. Ausgeschaltet. Ein Gegner übrig. Dicker, ich seh nicht mal, ich seh nicht mal Gegner. Tret rauf, wenn sie am Boden liegen. Nochmal rauftreten. Das ist der Back-to-Back und dann müssen wir in Fortnite nochmal rein. Und das muss ganz schnell gehen, Eldos. Jetzt schon mal Playstation anmachen. What happened? Mauer anrichte. Hä? Wo ist er? Da oben da? Nein, nein, nein. Der Karotter kommt jetzt mit der Helm oder schließt den Aufschluss. Oh ja, das ist okay. Mach mal, mach mal. Okay, knackt. What? Oh, geil worden. Der Versuch. Oh, je, je, je. Pech gehabt, Kings. 90% haben für geschwimmt. Heidegger gewinnen. Ganz schnell. Es muss ganz schnell gehen. GG's rein. Er ist der beste Spieler. Er ist One-Shot. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Digga, ich hab keinen Bock mehr, Mann. Digga, Mann. Dieses Game lag bei mir, Mann. Ich hab keinen Bock, so zu spielen. Es ist einfach eine Hure zum Scheiße, Mann. Mach. Nein, 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 nein. Die sind hier. Wir sind alle weak. Bitte mach doch Triple, Mann. Hab ich doch, Mann. Ja, Rift, 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 bitte. Rift, bitte. Digga. Was hat der denn da gemacht? Man macht der eine Bruch-Challenge umzubrechen. Das ist jetzt der Punkt, so. Aber jetzt reicht's auch dann irgendwann. Nee, ich bin seit 14 Stunden läufig Bastard. Guck mal, wo Eldos ist. Sag mir das mal. Wie soll ich denn da ruhig bleiben? Und wie soll ich da irgendeine positive Energie haben? Ich weiß nicht, was du machst, Eldos. No, Bruder, gar kein böses Blut. Aber bei allem Respekt. Digga, wo ist der? Nein, nein. Nee, irgendwo ist auch Schluss, Eldos. Und dann kommt da auch immer nix. Das provoziert mich ja noch mehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Eldos. Jo. Bruder, können wir uns einmal noch ein bisschen zusammenreißen. Ja, ja. So mit Lampen und so. Das fickt ja auf uns ein bisschen, weißt du, Bruder. Ich weiß, wie mein Schubel ist. Aber das sind ja so Sachen, wie wir... Nein. Ich weiß, guck. Sag, das fickt uns so ein bisschen. Ja, Bruder. Komm noch mal. Weißt du? Digga. Geht's dir? Digga, das ist ein Kreis X-Ding. Ist ja auch... Scheiße, Alter. Immer auf Eldos. Jetzt bist du der nächste, auf den ich gehe. Bann den weg. Worst Case, einer von den Gifts habt. Das ist wirklich Worst Case. Und ich wette, ich hab mit einem von diesen Söhnen schon ein Bild gemacht oder so. Das regt mich auch am meisten. Ich weiß es halt nicht, ne? Das ist immer meine größte Angst, dass solche Leute irgendwas von mir gewinnen. Ja, 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 ja. Drei Hand, drei Hand, drei Hand, drei Hand, drei Hand. Ich bin tot, ich bin tot. Hier, es kommt ein neues Team, es kommt ein neues Team. Wir sind im Sandwich, wir sind im Sandwich. Ach guck, guck, die Hand. Wir sind im Sandwich. Wir sind im Sandwich. Wir sind im Sandwich. Digga, hier sind welche und hier sind welche. Wir sind im Sandwich. Ey, ich kann nicht mehr. Bleib da, bleib da, bleib da, Walsch. Ich hör auf alles, Bruder. Ehe, ich kann nicht mehr. Also das ist wirklich grad hart. Wir haben auch Pech, Digga. Wir sind einfach im Sandwich drin. Aber ich glaube, Real Talk, das müsste die Runde sein. Ist dir auch gefallen, dass es immer Fortnite ist? Ich schwör, ich hab deinen Real Talk schon vor 20 Runden gehört, ne? Wir geben keinen Real Talk. Wir werden in den Arsch gefickt, Digga. Das passiert jetzt. Ist dir mal aufgefallen, dass es immer Fortnite ist? Dann spielst du, ey, Digga. Ey, jeder, der Fortnite einfach mal so unter einer Freizeit spielt, fickt euch alles. Ganz lauter Aufbruch. Fickt euch ins Knie und am besten macht noch den Baum oder so. Dann seid ihr richtige Scheiß-Opfer. Geh in den Busch da. Bitte, das bitte. Oh, du kannst bauen, Dritte. Ich hab einen Mentor noch. Gar nicht mehr. Ich schwör, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Eli, bitte, Eli. Was denn? Ich will gehen. Ach, lass das jetzt. Wir müssen halt wirklich mal irgendwie landen irgendwo und dann da ein paar Kills machen und dann defensiv spielen. Digga, ich glaub, ich krieg einen Bernie, ne? Meine Konzentration ist so am Arsch, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Einmal noch. Muss das werden, kommt jetzt. Hinter dem Baum, hinter dem Baum. Hinter dem Baum, hinter diesem Baum. Er's cracked, er's cracked, George. Nice. Alle hoch ein, alle hoch ein. Okay, wir haben genug Kills gleich. Wir müssen jetzt ganz schlau spielen. Ich habe noch diesen Rift. Hier Chin, hier Chin. Wartet, wartet. Nein. Jungs. Rechts von uns. Rechts, 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 rechts. Riftet, riftet. Fuck it. Ach, Digga. Hier sind welche. Wir sind wieder in der Mitte. Es ist so krass. Rort, kannst du dich verstecken? Kannst du dich verstecken, Rort? Landet auf dem Baum, Rort. Auf dem Baum, Rort. Digga, wo sind die denn alle? Es geht gerade gar nichts, Digga. Es geht gerade gar nichts, Bruder. Kann ich mal auf dem Baum landen. Warte. Warte. Ja, hier. Der ist okay. Er ist so hart. Der ist so krass. Ey, ich hole für Ely. Jungs, die haben mich im Visier. Die kommen, die kommen. Hier ist einer. George. Nein, hallo. Gut. Das hier. Ich komme. Gib mir eine Richtung. Der ist cracked, hier. Cracked. Du kannst ihn pushen, Jeff Hardy. One shot. Es sind aber zwei. Ja, er ist hier oben, Jungs. One shot, ja. Ich bin gerade Meso und Özil. Nicht so offensiv. Wir haben 10 Kills, Digga. Und jetzt ganz, ganz schlau defensiv spielen. Wir haben alle 200 Leben. Wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir auch scheiße. Okay. Einer ist im Wasser. Einer ist im Wasser. Der ist hier, der ist hier. Der Busch. Der ist hinterm blauen. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Er ist tot. Lass ihn nicht wegrennen. Der ist erst blue, Ely. Der ist white, der ist white, der ist white. Okay, wir haben 13 Kills. Ganz, ganz defensiv spielen. Es leben noch 23. Das ist wieder richtig. Es wird richtig eklig am Ende, Jungs. Wir müssen zu vier bleiben. Lass, ja, lass sie sich, lass sie sich. Wir brauchen alle 200 Leben in kompletten Endgame. 200. Zähne hole. Zone, 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 Zone. Wir gehen links. Lass links einfach. Es sind noch drei Teams. Lass die beiden Teams sich gegeneinander fighten. Und wenn die fighten, dann einmischen. Nein. Ich wollte trotzdem nicht reingehen. Nicht reingehen. Nicht reingehen. Hä? War ein Rift hier? Ja. Hä? Oder war ein Back? Oder Elias Socke? Ja, ich hab's gehört. Okay, Jungs. 4 gegen 4. Mann oder Maus. Das könnte ein kompletter fixer Tor werden. Mann oder Maus. Ich guck und geb Calls. In der Taschenmuschi. Sind sie in der Taschenmuschi? Das heißt, nicht hingehen. Die sind nicht in der Taschenmuschi. Ja, ja, ja. Die sind nicht in der Taschenmuschi. Nein, nein, nein. Die müssen herkommen. Ihr müsst sie im 1 gegen 1 weg machen. Einer ist auf der Taschenmuschi, Willi. Er ist in der Zone. Er ist in der Zone. Links, Willi. Er ist alleine. Links von dir ist er alleine. Lass ihn zu 2 pushen. Elias cracked. Ich freu mich jetzt aber. Ich bin da. Er ist vor mir. Er ist tot, er ist tot. Noch einer? Da ist noch einer rechts, noch einer rechts. Er ist auch tot. Okay, da sind 2 Leute. Da sind 2 Leute. Da sind 2 Leute. Er kommt zu uns, Willi. Er pusht uns. Hütte uns, Eli. Wir haben's. Noch einer, Eli. Oh, ganzes Team gefeilt. Ohhhh. Es ist over, Jett. Es ist over. Wie viel Kills haben wir gemacht? 11, 18, 19. Hätte ich für nichts garantiert im Stream. Da hättet ihr auch 1, 2 Sachen von mir im Stream gesehen. Das wäre wirklich hart gewesen. Ich auch nicht. Unglaublich. Jungs, war mir ne Ehre. Schlaf, Tim, war mir ne Ehre. Aber wir haben's wieder durchgezogen, Chat. Ohne irgendwelche komischen Sachen mit. Hier, wir gehen auf 12 Kills. Oder wir machen irgendwie, weiß nicht, morgen oder so. Wir haben durchgezogen. Auch wenn's echt verbrücht war. Ich würd sagen, war Top 5 auf jeden Fall der Bruchigkeitsdinger. Das ist ein Dinger.